Wir spielen Dragel, Bender, Turtles und ich, jeder gegen jeden und ich hab Angst. Ich hab Angst. Warte mal, ich hab irgendwo bestimmt so ein Tanz-Tanz-Ding. Die Map ist geil, ja, die stimmt, die Map hat ein paar coole Features. Du hast recht, ich brauch was, ich brauch was Hühnchen rum, ich glaub was Hühnchen rum. Das Hühnchen ist praktisch in der Map, ja, kontrastmäßig nicht so. Ja, das Hühnchen ist auf der Map nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Problem, das stimmt, du bist halt riesig, ja. Los geht's, Leute, los geht's. Was? Schon rausgesprungen oder was, bevor es überhaupt ging? Ja. 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 Ich bin mal 800 Meter überm Boden! Ah, falls nicht eins, falls nicht frei, falls nicht frei aus! Boah, das ist aus der Lüppi! Der ist, der ist, der ist tausend sieben Schluckwerken. Boah, ich bin jetzt hier aber an der Kante gekommen. Das ist so, das ist so, das ist so. Oh Gott, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier... Eie, aie, aie... Ah, du... Du bist gut! Ich hab dich gehört, ich hab dich gehört! Bist du hier runter? Ich dachte der Bender ist hier runter gesprungen. Hey, pass auf, ich hab dich gesucht und wollte dich töten. Ja, ach so, okay. Und dann hab ich dich nicht mehr gefunden und dann hab ich gedacht, gut, dann loote ich weiter und auf einmal stehst du da vor mir. Hey, aber ganz ehrlich, ich dachte, Bender ist hier rausgehüpft. Ich war 100% sicher, dass ich's da unten mit Bender zu tun hab. Turtles, was ist los, Turtles? Was ist los? Ja, ich kann das nicht. Ich kann nur Original PUBG spielen, weißt du? Das Original PUBG. Wie nennt man das? Plastic. Gibt's ne pinke Zone? Ja, hier war grad ne pinke Zone bei mir. Turtles, du musst jetzt wieder nen Bender callen. Das ist der. Das ist der. Hm. Woll ich für dich callen? Ne, 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 sonst, sonst... Der wird sonst uns melden. Sonst melde dich. Okay, ich call dich. Entspann dich. Ich melde dich. Ich melde dich. Ich melde dich. Die machen dann, die schicken dann gleich... Die schicken dann gleich irgendwem... Investigativ Journalisten schicken die dann gleich. Oh, ich hab so Schiss, weil ich weiß, dass hier, glaub ich, noch einer runtergeluchtet ist. Woll. Die resten, ich sehe dich sogar. Sie wundervoll. Ah, I don't believe a word, man. Aber ich will sie hier nicht so viel einschalten. Ich verblass mich, woher es immer gut ist. Okay, hier ist sie mal. Ich gucke dir keine Schalli. Gott verdammt, du keine Schalli. Nein, keine bösen Wörter, so. Ähm. Endlich, Rucksack. Endlich. Ja, Turtles, Turtles schaut jetzt zu und denkt sich bestimmt, was spielt der für einen Scheiß zusammen? Was spielt der für einen Scheiß zusammen? Was spielt der für einen Scheiß zusammen? Ja. Ich gucke mal nach oben. Ja. Ich bin da nicht. Leider. Ja, ich weiß schon. Äh, keine Panik, ich komm schon noch zu dir. Also, so ist es nicht. Ja, ja. Das musst du ja aber erst mal klinken. Ey, wenn du ein Hühnchen bist, dann sollte das nicht all so dramatisch sein. Verdammt! Ich hab vergessen, das Kind zu wechseln. Ich bin verdammtes Hühnchen. Die Haftbombe ist gut. Ja. Es gibt vor allen Dingen auch in der Map schon immer zerstörbares Terrain. Was denn? Jetzt Bender, hör auf! Tragle, kümmere dich mal um Bender, damit er es nicht mutet. Ich bin doch ein Versuch innerhalb von nötigen Waffen. Ey, es ist bei mir auch totale Grütze, das Loot, echt. Oh, no way man, die Map, oh mein Gott. Gibt es keine M24 oder was? Gibt es keine M24? Nee, ich glaub nicht. Vielleicht gibt es eine auf der ganzen Map oder so. Kann man das einstellen? Ah, das ist witzig, okay. Ja, oder du könntest theoretisch alle Waffenschäden, außer von der Tommy Gun, auf Null setzen? Ja, deswegen ja, ne? Keiner spielt Tommy Gun. Aber wenn du die Tommy Gun hast, hast du die einzige Waffe im Spiel, die Schaden macht. Ein diabolischer Plan. Also irgendwie ist es unübersichtlich, wo sind die Bros? Das gibt's auch nicht. Sterbe, nein! Das gibt's auch nicht. Gibt's einfach keine Zwiebel. Gar nicht so wirklich, ne? Bold Action gibt's nicht so viele. Wenn du jetzt außerhalb der Zone stirbst, dann wär das irgendwie antiklimatisch. Antiklimatisch. Das wär's wohl da witzig. Was macht ihr denn für Zeug? Ja, ich war gerade mit runter und dann kommt so eine von überraschend. Überraschend. Äh, Jungs. Habt ihr gleich Bock, noch ein normales Match zu spielen? Ja, würd'n wir machen, oder? Ja, ja. Komm mal eins. Seid ihr schon durch da? Ne, 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 wir brauchen noch kurz. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um Rest zu filmen. Ja, ja, ja. Sobald Rest ist, kann ich so tragisch und so nicht feiern. Dann tanzen wir hier zusammen. Oh, tanzen wir nicht dabei. Feiern damit, feiern damit Rest tot ist. Ja, das macht er. Na, hab gesehen, davon muss dieser Fall ja erstmal eintreten, Leute. Ja, genau. Das wär so ultra lustig. Nein. Was sind das immer für Explosionen, die man da hört? Sind sozusagen die rote Zoll. Das sind so Feuergranaten oder so. Ah, okay, okay, alles klar. Ultra... ...laut. So, dann schauen wir mal hier. Mal diese ganzen... Ich hab' ein Flugzeug gehört. Die UMP? Na. M4? Na. Fängt mit T an. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hasse die P90. Ich hasse die P90. Also, wenn ich sie nicht hab. Die ist ultra fies, Mann. Die ist ultra hinterhältig. Was? Was? Das hab ich ja auch gemacht. Ultra hinterhältig. Ich hab halt keinen Fall. Ich hab die. Bleib dir zu. Jetzt noch was. Das ist richtig lieb. Ich hab nie raus oder zu." Es hat sich schon geschrieben. Die Möp ist echt klein. Leute, ich sag's euch, was sind denn die, das gibt's doch nicht, aber die Map ist halt ultra hart, weil du kannst dich so verstecken in der Map. Das gibt's doch nicht, wo sind die, das gibt's. Drage lurcht bestimmt draußen außerhalb der Zone rum, oder? Ja, ja. Der ist noch draußen mit dem Jammerpack, chillt. Chillt draußen mit dem Jammerpack, easy. Das ist jetzt eng, oder? Ich hab dir hundertmal, ich hab dir hundertmal zwischen die Beine, zwischen den Beinen durchgeschossen, ey. Ungelogen. Ey, ich hatte die für 90, du konntest überleben. Wie konntest du überleben? Äh, ich hatte einfach, also du, ich hab auch super schlecht geschossen. Ey, ich hab dir so gute Hits gegeben, zwei Hits zu groß. Du überlebst einfach. Nee, das, sorry, aber das stimmt nicht. Ey, bei mir ist das so aus, dass du die zwei Hits zu groß hättest. Ich hab dir ein halbes Magazin zwischen den Beinen durchgeschossen. Ungelogen. Ey, ich wollt exakt da reingehen, ey. Ich wollt exakt da reingehen und auf die Farbe. Oh, das Flugzeug ist ultra laut, kann das mal bitte jemand ausschalten? Ich verstehe nicht. Wo ist der? Das gibt's doch nicht. Hat der, hat der, ein Sand, Sandklotz-Skin an? Ah, jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Ja, ich seh ja. Aber da warst schon wieder ultra an der Kante von der Zone rumgelucht, was war das denn? Ich hab dich schon zweimal im Visier gehabt, aber muss er zwei als Coke gehabt. Ah, okay, okay, okay. Ich wollt dich diesmal nicht verraten, weißt du? Scheiße. Passt schon. Passt schon, passt schon. Wir machen noch eins. Jo, wir machen noch eins. Und das bekommt sich noch nicht Voller. Weißt du.